Wie findet Billie Eilish Finneas die Jessie-Romanze? Ob Billie Eilish, 20, großer Bruder Finneas damit einverstanden ist? Mitte Oktober wurden die ersten Liebesgerüchte über die Happy Dan Eva-Interpretin und den Seneik-Burhut-Frontmann Jessie Rutherford, 31, laut, aber aufgrund des Altersunterschieds von etwa 10 Jahren mussten die beiden bereits eine Menge Kritik einstecken. Anheilowin schien Billie dann die Beziehung zu ihrem Liebsten offiziell zu machen, im Netz teilte die Sängerin ein Bild von sich und Jessie. Doch was hält Finneas von Billys Beziehung mit dem rund 10 Jahre älteren Musiker? Am vergangenen Donnerstag machte Finneas gegenüber E. News deutlich, dass er seine kleine Schwester unterstützt, trotz des großen Altersunterschieds, solange sie glücklich ist. Bin ich auch glücklich, stellte der 25-Jährige klar. Aber auch Billie und Jessie zeigen sich von der öffentlichen Kritik unbeeindruckt, nach dem Big auf Instagram besuchten sie gemeinsam die Larkma Art Plus Film Gala in Los Angeles und urtelten, was das Zeug hält. Aber nicht nur für ihre Beziehung musste die 20-Jährige eine Menge Kritik einstecken, seit dem Beginn ihrer Karriere wird der Ocean Ice-Sängerin vorgeworfen. Dass ihre Musik zu düster sei, Billie selbst sieht das ganz anders, es war so überraschen. Dass die Leute dachten, alles, was ich mache, wäre düster. Ich finde, es ist einfach echt, erklärte sie in dem Podcast Origins. Ich finde, es ist einfach, erklärte sie in dem Podcast Origins.